Ja, die Fliesen sind nicht zu meins irgendwie, gefällt mir nicht so gut. Das schaut irgendwie aus wie so ein Bundesherr-Waschraum. Immobilienboss Revin Seid zeigt eine seiner Baustellen. Bin ich sehr, sehr gespannt, auch ich interessiere mich natürlich für Immobilien, habe aber selbst noch keine und ich bin gespannt, was er da so herzeigt. Let's go. Was? Filmt das die Antonia oder? Wie putzt ihr die Zähne? Jeder putzt so die Zähne. Leute. Was geht ab, na? Also. Ey. Oh. Ey. Ey. Flix, Noko, Flix. Oh. Folgendes passiert jetzt. Wir... Lass es. Wir fahren jetzt gemeinsam zu einer Baustelle. Ich mache jetzt extra... Ich mache jetzt eine Sache. Mann, hör auf jetzt. Wir fahren jetzt zusammen zu einer Baustelle. Normalerweise habe ich mir immer gesagt, ey, ich möchte das Ganze privat halten. Ich weiß aber, dass ihr riesiges Interesse gerade an zwei Dingen habt. An Vlogs und was bei mir privat abgeht. Das Co... Nice, Kombi. ...kurreliert ziemlich mit dem, was ich von mir preisgeben möchte. Ich mache es aber trotzdem, weil ihr korrekt seid. Kuss. Es wäre saukorrekt, wenn ihr mir kurz die Kreditkartennummer von eurer Mutter in die Kommentare schreibt. Yee. Also, folgendes ist der Plan. Ich habe vier Wohnungen gekauft, die wir uns gleich zusammen... Krass. Vier verärmeln. ...anschauen werden. Das ist eine riesige Baustelle in einem Mehrfamilienhaus außerhalb von Köln. Nein, ich werde nicht den Immobilienscout-Link in die Beschreibung packen. Und nein, ich werde auch nicht sagen, wo die Wohnungen sind. Und ja, sie sind fast schon alle vermietet. Ich möchte euch trotzdem so ein bisschen mitnehmen und hinter die Kulissen mal so ein bisschen zeigen, was überhaupt so immobilienmäßig bei mir abgeht. Es gibt dieses Mie... Ey, wir haben 400 Immobilien. Es sind 900. Nein, es sind nicht 400 und es sind auch nicht 900. Die Zahl liegt irgendwo zwischen 1 und 4 Millionen. Ne, könnt ihr euch ja dann selber aufschreiben. Wir fallen jetzt erstmal zu meinen Eltern und dann gehen wir ein bisschen auf die Baustelle. Krass, krass. Wenn er wirklich mehrere Immobilien hat, sehr so nass. Ich hoffe, dass wir einen Helm bekommen. Heute ist nämlich Vorabnahme. Vorabnahme heißt quasi, dass ich die Wohnungen auf sämtliche Menge ganz genau kontrollieren werde mit einem Bausachverständiger. Und wenn er an meiner Fußleiter nicht sitzt, dann gibt es... Sehr, sehr spannend. Ich freue mich. Schellen an den Bauleiter. So sieht es nämlich aus. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt gleich losfahren. Bis gleich. Verletzten Prank an Rivi. Ich bin verletzt. Ich habe keinen Prank gemacht, dass ich mich verletzt habe. Der Mann von Welt trägt Arma Studios und Ola Cala. Business Casual für jeden Verbraucher. Jungs, wenn ihr mich dafür bezahlen wolltet, das Fashion Infra is mega. Wir reden mal mit den anderen Kollegen hier. Wenn ich vielleicht die neue Peso-Kollektion noch bekommen könnte, Justin. So, wir fahren jetzt los. Ich habe gerade noch meinen Papa eingesammelt. Das Ding ist, der ist halt dabei, weil mich auf der Baustelle keiner ernst nimmt. Das ist nicht meine Immobilie, sondern die von meinem Vater ist, weil ich noch so jung aussehe. Ich sehe ja noch aus wie 22, oder? Nee. Das nee. Ich habe auch meine Immobilienkette dabei. Denk mal, die zieht sich gleich an. Macht er nicht. Die wissen, dass ich die meisten Wohnungen in dem Haus gekauft habe. Ich alleine. Ich. Wir sind gerade in meiner Home-Town unterwegs, Alter. Und hier rechts ist der schönste Teil meiner Stadt. Film mal ganz kurz. Oh, ich gucke mal wunderbar. Und hier links, genau hier, hier vorne, jetzt hier an der Kreuzung bin ich zweimal durch den Führerschein gefallen. Voll gut. Nee, überhaupt nicht gut. Und ich glaube, hier, das ist mein Fahrrad im Auto, hier habe ich das erste Mal, glaube ich, und ich... Was ist das? Uh. Und der Vater sitzt hinten. Ja. So, wir sind da, Leute, ey. Guck mal hier, schön, schlimmer hoch. Warkone, ey. Oh, nein, ey. Alles. So, wir machen das so, wir machen gleich jetzt mal diese Baubegebenfortnahme, heißt, wir gucken, ob hier Mängel an den Wohnungen sind und so weiter und so fort. Gehen mal ein bisschen durch. Sehr, sehr spannend, das taugt man. Wir machen nur ein paar Schnittbilder, da werden noch Details besprochen und so, das müsst ihr, das ist super uninteressant, das geht dann da. Warum hat diese Fuche mehr Spaltenwasser als die und was ist mit dem Parkett am Boden los? Blablabla, interessiert euch nicht. Später mache ich noch mal ein paar Aufnahmen von der Wohnung, dann gehen wir mal durch. Jetzt geht das mal ein paar Beauty-Shots von der Baustelle und geile Geräusche. Ja, schöne Wohnung, lässt sich sicher gut vermieten. Am besten ist, du kaufst welche zwischen 50 und 75 Quadratmeter, die lassen sich immer am easiesten vermieten. Ja, ja, okay, Balkon, sehr, sehr schön. Bade sind mir jetzt nicht so gut gefallen, aber es geht auch nicht darum, dass ich da einziehe. Das natürlich gut zensiert, damit keiner weiß, wo es ist. Ey, Jungs, wisst ihr, wie viel Holz das hier ist? No joke, wenn man die abbaut, locker, für 3, 4 90s reicht das, locker. Guck mal, wie viel Materialien. Oh, die Stones, Alter. Die auch nochmal. Ist insane, ist insane. Ich sollte mich jetzt vielleicht mal nicht auf das Video konzentrieren, sondern warum ich eigentlich hier bin. Wie viel ist schon da? Aber das ist der Fall. Ja, okay, wenn es mal in Deutschland ist, dann alles easy. Let's go, wo es geht, wo es geht, wo es geht, wo es geht. Was jetzt für euch bestimmt mega uninteressant ist, aber genau sowas. Sowas suchen wir, weil ihr seht, hier die Fußleiste ist nicht ganz fest und hat zusätzlich nur eine riesige Spalte, die viel zu groß ist und es muss dann irgendwie noch beiderarbeitet werden. Nö? Gut gemacht. Die Tür schließt nicht richtig ab. Hilfe, 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 Kippe. Also, ich mein, ob da jetzt ein Rohr fehlt, das kann ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen. Ich sag mal so, die Dusche, Outdoor-Dusche, ne? Hier, Outdoor-Dusche hier. Das ist... Für die Mieter. Da fehlt ein Rohr. Du kannst es hier alles gibt. Du kannst es nicht vermieten, da fehlt ein Rohr. Outdoor-Dusche. Hier fehlt ein Rohr. Das ist kein Mangel. Was ist das denn jetzt? Das ist doch falsch. Wolltest du nicht Teppich? Ich wollte hier Teppich drin gelegt haben. An den Wänden sind Fliesen. Hier sollte überall Teppich dran. Und Holz. Hier sollte auch Holz drin auch. Ja, die Fliesen sind nicht so meins irgendwie. Gefällt mir nicht so gut. Das schaut irgendwie aus wie so ein Bundesherr-Waschraum. Hier, das sollte aus Holz. Hier sollte nur ein Loch hin. Ein Klo. Ne, Normaltemperatur so 20, 25. Wenn man dann bei mir Mieter ist, dann ist es aber festgestellt auch. Du nimmst den E-Quadrat raus. 5 Grad. Ja, mehr gibt es ja nicht in der Wohnung und 5 Grad, das ist es. Die schneid's fast, ne? Richtig. Die silbene Abschlussleiste sieht eben kacke aus. Ja, voll. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Raumaufteilung in Ordnung. Ja. Schlafzimmer. Ah, das wird wahrscheinlich das Wohnzimmer sein. Voll passend für zwei Personen. Verlangst, I don't know, was der verlangt. Das kommt natürlich auf die Lage an. Hallo. Das ist ne Wand. Ja. Mit ne Ecke. So, wir beginnen jetzt ruhig mit der Vorabnahme. Ist immer ein bisschen nervig. Das sind wirklich so Kleinigkeiten halt, die dann irgendwie immer wieder auffallen. Ich zeige euch jetzt mal ganz, ganz im Schnelldurchlauf kurz, was abgeht. Und dann gibt es am Ende vielleicht nochmal einen kleinen Talk oder so zum Thema. Keine Ahnung, wie seid ihr damit wirklich geistenskrank auf die Märchen gegangen? Von wegen der auch. Zeigt nochmal hier und da. So, das ist jetzt hier tatsächlich der Innenhof. Mega schön. Die zwei Wohnungen. Ja, schaut nice aus. Das sind alles Neubauten. Und der hat halt welche gekauft. Mich wird vier Wohnungen hat er gekauft. Die zwei da drüber. Drei Etagen. Oben sind die Penthäuser. Ich habe mich selber dazu nicht entschieden, hier zu wohnen. Das ist wie gesagt ein bisschen außerhalb von Köln, aber immer noch sehr schön gelegen. Hier überall kommen draußen kleine Terrassen hin. So kommt die Terrassen hin bei der Wohnung von mir hier auch. Sieht dann ungefähr so aus wie da drüben. Hier im Innenhof wird komplett begrünt. Ich finde es immer cool, gerade in solche Sachen hier irgendwie zu investieren, weil... Leider heute für einen Neubau alles Standard. Ja, das stimmt. Das ist schon alles Standard, richtig. Das hat irgendwie einen architektonischen Anspruch. Aber warum sollst du für Mietwohnungen viel Geld ausgeben? Du willst das ja nur vermieten. Normales Mehrfamilienhaus oder so. Und je mehr Geld du da ausgibst, desto mehr Miete musst du dann auch verlangen und desto schwieriger wird es auch Mieter zu finden. Sehr, sehr hochwertig gebaut. Energetisch top. KfW 55, falls das irgendwen interessiert. Doppelt, dreifach verlassen Fenster, intellektives Lüftungssystem und so weiter und so fort. Sehr, sehr schön. Rollläden außen dran. Und einfach vom Ding her so ein gemeinschaftliches Wohnen. Fast durchgehend barrierefrei die Wohnungen. Also auch ganz geil. Mir persönlich immer sehr wichtig, wenn ich irgendwas baue oder bauen lasse, primär baue ich selber, dass das irgendwie auch einem Anspruch der Barrierefreiheit. Und wie er hat bauen lassen. Er hat doch nur vier Wohnungen. Das ist doch irgendein Bauträger, der hat dieses fette Ding gekauft und er hat gesehen, oh, da ist ein neues Objekt, ich kaufe mal vier Wohnungen oder nicht. Oder hat er selbst auch schon was bauen lassen? Das ist hier ein bisschen schwierig geworden, weil die Dusche nicht hundertprozentig barrierefrei ist. Da hätte man die Badewanne weglassen müssen. Wir haben uns aber dafür entschieden, die Badewanne zu behalten. Aber auf jeden Fall sind die Wohnungen mehr als alten gerecht durch breite Türen. Und Aufzug wieder aufbinden. Genau, wir haben Aufzug hier und da. Parkplätze sind direkt am Haus. Es gibt einen riesigen Parkbereich mit einem geplanten Spielplatz, Grillplatz und allem drum und dran. Und das sind hier tatsächlich Zweizimmerwohnungen. Ich habe mich gegen die Dreizimmerwohnungen entschieden, weil primär sehe ich hier tatsächlich eher junge Singles, junge Paare oder tatsächlich halt aufgrund der Barrierefreiheit irgendwie dann, weiß ich nicht, Rentner, ältere Paare oder sonst was. Hier gehen wir jetzt rein. Wichtig ist, wir haben hier Parkett drinnen. Deshalb ziehen wir immer diese... Parkett, sehr gemütlich, super. ...Kondome drüber. Wohnung 19, verkauft. Wir gehen kurz durch. Letztendlich sind alle Wohnungen gleich aufgebaut, außer die unten. Die haben, wie gesagt, eine Perasse. Die haben hier Fischenbereich. Hier kommt eine Fischeninsel hin. Hier der Hirt. Aber das Parkett, das schaut eher noch Laminat aus, so ein bisschen. Eine Fußbodenheizung, der Thermostat. Ja, ein Ohr kann ich schon ein paar Kälte sagen. Smart Homefähig und so weiter sofort. FIFA Co. Hier kommt Waschküche, Trockner. Wir sind gerade, wie gesagt, noch leer. Und Gäste-WC. Hier kommt noch ein großer Spiegel hin. Der fehlt noch. Hier ist eine richtig schöne Fußbodenheizung hinter, die auch kühlen kann. Das heißt, wenn ich möchte. Und es ist mir im Sommer zu warm. Ah, okay, chillig. Das heißt, Fußboden kann beheizt werden und gekühlt werden. Das ist chillig. Dann kann ich runterdrehen, die Fußbodenheizung kühlt runter. Mich würde interessieren, für wie viel er das vermietet. Das würde mich interessieren. Wahrscheinlich so 700, 800 Euro. Aber ich weiß nicht, wie die Preise in Köln sind. Ah, die Dusche ist aber schon nice. Das ist ebenerdig. Aber die Badewanne und die Fliesen sind nicht so meins. Ja, auf jeden Fall. Badewanne ist wieder bei der Toilette. Hier fehlen noch Handtuchhalter und Beziehhalter. Ja, und dann haben wir hier nochmal ein schönes Schlafzimmer. Das sind halt so Kleinigkeiten für dich, die es halt irgendwie ausmachen. Und sowas wie, ich habe halt hier im Zimmer Bewusstsein perfekt. Und jetzt sind ein Internetanschlussfahrend und so weiter so fort. Und hier links, natürlich Glasfahrend, aber alles hier. Und ein schöner Malikon mit. Man hört fast gar nichts, weil das so heilt und er so schnell redet. Blick auf den See da hinten. Alles wunderschön, alles sehr schön. Da habe ich jetzt vier Stück gekauft. Aber für das, ah, vier Stück, ah, hat er ja schon gesagt. Blick auf einen See in der Nähe von Köln. Er verrät schon sehr viel. Ja, beziehungsweise er gekauft schon letztes Jahr. Und die werden jetzt zum Sommer jetzt fertig. Ja, das ist eigentlich wunderbar. Interesse? Komm mal, ihr Wohin, um ihr Mädchen. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns das später. Wir brauchen es wieder. So, wir sind wieder back, Leute. Es war auf jeden Fall ein anstrengender und langer Tag gestern. Ich weiß nicht, ich glaube, Deking hat sogar auf Revi Gang irgendwie dazu was hochgeladen. Irgendwas Businessmäßiges, weil ich gestern Abend Stream noch sehr lange darüber getalkt habe. Das ist heute schon der nächste Tag, quasi der Upload-Tag. Eine Sache noch, wenn ihr tatsächlich Bock habt, dass ich mehr solche Sachen mache. Ja, komm, mehr solche Sachen mache. Und mich damit ein bisschen mehr mit Content und diesem ganzen Kram auseinandersetze. Lasst gerne Daumen nach oben, da schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ich glaube sogar, dass in, ja, circa einem Monat geht die nächste Baustelle quasi los. Das heißt, wenn ihr Bock hättet, könnte ich daraus ein kleines Videoprojekt machen. Ist ein Mehrfamilienhaus, das gebaut wird. Ist, wie gesagt, nicht ein Haus, wo ich selber drin wohne, aber zur Vermietung, wo ich selber ganz oft vor Ort bin. Und da könnte man das eine oder andere Mal die Kamera sicherlich gut mitnehmen. Solltet ihr tatsächlich, es klingt jetzt super rum, aber solltet ihr Interesse haben und wolltet wirklich eine Wohnung anmieten, schreibt mir auf Instagram oder folgt mir da zumindest mal. Was? Ernst? Dann kann ich euch weitere Infos zukommen lassen. Wie gesagt, Bewerberlast ist ganz groß, aber warum nicht jemanden drin haben, der weiß, wer ich bin und das Ganze dann wahrscheinlich missbraucht. Ja, lassen wir es einfach. Ich würde sagen, das war es für dieses wunderschönen Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, mein Instagram-Game aus. Und ich bin an der Stelle raus. Vor der Reihe bis zum nächsten Mal. Ciao. Cool. Hallo? Hallo? Ah ja. Sehr, sehr cooles Video. Nice, dass ihr diesen Einblick mal gezeigt habt. Würde ich auch machen, wenn ich Immobilien hätte.